Die Weisen denken, sie wüssten alles, aber wir allein sind weise auf die Tugend dieser Taten der Torheit. In diesem Krieg wird nicht einmal ein einziger Bauer verschont, weil auf diesem Schachbrett hört das Spiel nicht bei einem Schachmatt auf. Wir sind hier heute versammelt, um an unseren getreuten Kameraden zu gedenken. Zu Ehren ihres Opfers werden alle Arbeiten für einen halben Tag lang angehalten, während die ganze Nation nach sie trauert. Ha, nur einen halben Tag? Die Leute sagen die Nordlandsbank wahre Währung, deren Blut und Tränen. Aber Bürgermeister, selbst als Bankier, hört sich das ein wenig skrupellos an. Hey, kommt schon. Selbst ich denke nicht, dass es der richtige Zeitpunkt oder Platz ist, um zu kämpfen. Obwohl ihre Methoden ihre Ehre beflickten, Lorefaltes Tod ist eine große Schande. Ihr Verlust jedoch sollte unseren Fortschritt nicht verhindern. Aber Dottore, was ist mit Scaramouche und der Genose von Inazuma? Konventionelle Weiszeit hält dieses göttliche Wissen fest, welches nicht rational begriffen werden kann. Nach der Eroberung des göttlichen Blickes wird er seinen nächsten Zug machen. Es ist Zeit, heute dieses törische Theater zu bilden. Im Moment hast du kein befangenes Publikum. Lasset jedes würdige Opferneis geschnitzt werden und mit dieser Nation für alle Zeiten ausharren. Im Namen unserer Majestät Zariza werden wir uns die Autorität der Götter ergreifen. Absolut Frieden, welches das Geschenk unserer Majestät ist. Zariza, so sei ihr wohlwollen. Jetzt wirst du in diesem Sarg ummantelt vor einer Schicht und einer weiteren Schicht von Eis. Aber Rosalyn, ich verspreche dir, deine letzte Ruhestätte wird die gesamte alte Welt sein. Dr Vasal, du kommst zur mêsmRNA Lass in Blech Geht Der Buch Top Genom Julie Untertitelung des ZDF, 2020